Am besten gefällt mir eigentlich tatsächlich White Rotas. Weil ich das selber so schön finde. Also sowohl im Original als auch in unserer Version. Und ich bin ein bisschen abgehängt von den Katzen. Ich bin jetzt echt enttäuscht, dass du einen von unseren Augen erzählst. Ja, warte doch mal. Jetzt kommt ja noch was. So, und dann habe ich noch einen Song, der ist bei mir... Der war bei mir anfangs total in der Rangfolge, ganz weit unten. Das ist richtig doof, ja. So ein Lusziel. Und irgendwann fand ich das immer, immer besser. Und mittlerweile auf der TV mag ich den mit am liebsten. So. Cool. Zu meinem Lieblingssong... Also ich kann die ganze Scheiße nicht mehr hören. Ich habe das abgemischt, monatelang, von morgens bis abends. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also ich kann das wirklich nicht mehr hören. Also ich stecke es rein und dann... Aber kommt wieder, kommt wieder. Ich kann das von den anderen Songs auch mal aufnehmen. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017